so und damit wir kommen zu einem weiteren angespielt hellpoints es ist ja einfach mal reingeschaut also fangen wir einfach mal an ist derzeit ins team als demo zu kriegen mir wird es zugesendet was auch immer das ist wir werden sehen gibt einen namen ein noch gut creature ink kommt auch noch aber jetzt will ich mir erst mal das kurz angucken was die start dort isodun jetzt müssen wir uns eine klasse aussuchen kreuzschild standard zweihänder architekturschild geschwindigkeit und reichweite wir machen den metzla so 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 das es das da is Ich bin der Fall. So, und dann wollen wir mal reinspielen. Zack, zack, ab die Post. Boah, ist die Maus schnell. So, mal schnell das mit der Maus gefixt. Jetzt ist es besser. Wollen wir mal gucken. Okay, das ist ein Hauptschlag. Oh, ist auch gut. Leertaste ist Hüpfen. Okay. Die Grafik ist recht zweckmäßig. Sieht trotzdem nicht schlecht aus. E-Klettern, alles klar. Wow, das ist aber kein Klettern. Okay, akzeptiert. Oh, warte mal hier. Haltensprint. Ach so, das sind Erklärungen. Ich verstehe. Springen, auch okay. Und... Verstehe ich, verstehe. Äh, hallo? TTL, äh... Wow! Schwein! Äh... 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 Moment... CTL, ist ducken. Und man ist nicht wach. Was ist tappen? Hm. Das ist rückwärts weichen. Schneller Angriff, starker Angriff. Okay. Äh... Wow. Cool. Cool. Mit CTL kann ich jetzt noch nichts anfangen. Überhaupt nicht. Keine... Übliche Taste. Hm. CTL. CTL. Hm. Moment. Ach, Pause sei Dank. Also ist definitiv Steuerung. Aber er duckt sich bei mir nicht da auf Steuerung. Sondern das ist Ausweichen. Hm. Gucken wir mal hier rein. Na, Statur. Gucken. Left. Anscheinend ist das doch richtig, aber tut er nicht. Na ja, gut. R ist Ziel anvisieren. Ah, EC auch. Okay. Na ja, schauen wir mal. Das Spiel ist halt auch noch recht früh unterwegs. Am geizten ist das. Ja, ich höre schon der Sound. Schneller Angriff, starker Angriff. Warte mal, komme ich hier jetzt her, ne? Ja, 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 hier komme ich her. Okay, okay. Ah, ihr seid auch an. Jawohl. Ich kriege den ganzen Quatsch mit. Was war denn da? Was bist du? Aktionen. Oh, okay. Aktuell recht einfach. Äh, wow. Ja, du darfst die Angriff auch gerne mal abbrechen. Danke. Okay. X, Omikubus einsetzen. X halten, dann 1, 2 oder 3. Okay. X halten. X halten, dann 1, 2, um im Kursprogramm zu wechseln. Ah, einmal X ist dann, ich verstehe. Alles klar. Oh, wie bei Grave, die Farmbots und Co. Mal schauen, was dabei rumkommt. Wie der ein Schwerz so lässig über der Schulter hat. Geil. Mal legen wir mal einen Schritt zu, mein Freund. Mal wieder klettern. Was eher ein Sliding ist. Aha. Den haben wir zersammelt. Okay. Was ist das denn? Nix. Am Himmel zu sehen ist, werden Gegner mächtiger und lassen bessere Belohnungen fallen. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Das ist der Außenblick. It's a closed. Hey, ich hab's verstanden. Ja, ja. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Nein. Ah, ein Lichtaktion. Äh, links da. Irgendwas. Schichtenteil. C halten. C halten. 1, 2 oder 3 drücken, um Waffenfähigkeit zu wechseln. C. Ich geh jetzt noch aktivieren mit C. Ich geh jetzt noch aktivieren mit C. Das stabilisieren. Ich geh jetzt noch aktivieren mit C. Oh, geil. Verbinden. Ah, Infusion. Schau mal, einer guckt. Navigation, Level erhöhen. Den kann ich steigern. Das ist aber alles schon geschehen, ne? Ah, okay. Kann ich mit denen machen? Ah. Gut. Wow, was ein Blick. Oh, krass. Tür in der Wand. Port in Sudun. Ja, ist wie... Wie ist denn das jetzt? Deep, deep, deep space oder so, ne? Was ist mit dir los, Kollege? Fit sind wir, ja. Da gibt's was zum Holen. Und Aktion. Aktionen. Was sind das hier für komische... Prachtzugangsdaten erforderlich. Aha. Was solltest du? Ah. Spar dir das mal. Guck erst mal weiter rum. Uh, ha. Fatboy Slim. Ich hole ihn doch mal richtig in die Schnauze. Oh, Rektor. Komm, putt, 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 putt. Komm, putt, 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 putt. Ich versuche den jetzt mal da drüber zu schmeißen. Das muss doch gehen. Los. Wir sind so eine Art Aufräumtrupp. Weg mit dir. Na, was? Dickerchen? Dickerchen? So. Alles unter den Teppich gekehrt. So. Nichts passiert. Hier gibt's wieder Sachen. Beedelter Kohlenstoff. Aha, aha, aha. Das heißt Crafting. Fetzt bis jetzt schon, ein bisschen. Ich hör komische Geräusche. Und hier kann ich wieder... Mh, ups. War überhaupt nicht nötig. Hätte ich auch hüpfen können. Oh, oh. Haben. Oh, shit. Oh. Und schon down? Ah, okay. Abkömmling getötet. Nice. Beitritt die nächste Realität. Okay. Nicht schlecht. Okay. Ladevorgang. Hallo. Es ist... Maschinenka ist echt schnell. Also hau rein. Ah ja. Kann man jetzt... Durchchecken. Ja, der Dicker hat mich da, ne? So ein bisschen... Fertig gemacht. Da ist ja schon wieder so ein Dicker. Okay, pass auf. Du, ich? Ich muss erst mal gucken, was ich hier für Aktionen habe. Fett, 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 fett. Okay. Keine andere Möglichkeit. What? Ausgeschissen. Aua. 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 Äh, ausgeschissen. knows? Okay. Doch, wenn ich sag blocken, du Idioter. Muss ich wissen, was Heilung ist? Licht. Nein. Hm. Ist hier keine Heilung? Inventari? Äh, du... Nö, nö, nö. Ist der doof. Kann ich mich denn heilen? Hm. Hm, wo ist das? Schild? Nö? Äh... Lücken, sprinten, haupthand, wechseln, haupthand, gegner anvisieren. So. Heilung hast du wohl nicht. Okay. Sehr ungeil. Heilung hast du eine Injektion. Ja, hier, nimmer. Liegt auf E. Hm. Nicht ganz verstanden. Was? Warum nimmt der das nicht? X. Nein. Jetzt irgendeiner verstanden? Gegenstand auswählen. Auswählen. Enter. Geht nicht. Injektor. Das Ding ist Injektor. Für Schüsses, Überletzungen, Trauma wie die meisten. Wenn ich das aktiv habe. Hm? Ich nix verstanden. Schluss mit dem Carnival. Hallo. Heil mich doch. Scheiße. Injektoren 2. Nö, 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 nö. Ich geh hin. Wow. Hardcore Johnny. Gib mir die. Na. Hallo. Okay. Äh, gut. Betritt die nächste Realität. Ich denke, für die erste Folge reicht das. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Vergesst nicht zu kommentieren und zu bewerten. Und dann kommt vielleicht auch mehr. Mal schauen, wie weit die Demo so geht. 2-3 Stunden laut Entwickler soll das gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.